Flüssigbiopsie, Krebs im Blut nachweisen. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheits-Podcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um Krebserkrankungen und um ihren Verlauf. Bisher nahmen die Ärzte dann ja meistens eine Probe des fraglichen Gewebes. Sie machten eine Biopsie, um zu erkennen, ob Krebszellen da sind und wie die sich entwickeln. Ein neues Verfahren könnte das Aufspüren von Tumorzellen einfacher und möglicherweise auch gründlicher machen. Das Schlagwort heißt da Flüssigbiopsie und das ist eine Blutuntersuchung, die zeigen soll, ob die Tumorerkrankung im Blut nachweisbar ist, zum Beispiel durch sogenannte Tumor-DNA. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber zum Greifen nah und wird bei Asklepios schon in Testphasen angewandt. Bei mir sind Prof. Dr. Dirk Arnold, er ist der medizinische Vorstand des Asklepios-Tumorzentrums Hamburg und Nina Burkhardt, sie ist die ärztliche Koordinatorin im Asklepios-Tumorzentrum Hamburg. Schön, dass Sie beide Zeit haben heute. Herr Prof. Arnold, CT-DNA, DNA von Tumoren, was genau untersucht man da? Ja, das sind viele Begriffe und es sind auch in der Tat viele Dinge, die wir untersuchen, die noch etwas unterschiedlich sind. Man kann Tumorzellen, das heißt also vom Tumor abgeschilferte, wenn man so will, Tumorzellen im Blut nachweisen. Das kann man schon seit mehr als zehn Jahren. Und in den letzten Jahren ist etwas Neues dazugekommen, nämlich, dass man gar nicht mehr die gesamte Tumorzelle braucht, sondern dass es für manche Fragen sogar viel relevanter ist, die Erbinformation des Tumors, also die DNA im Blut nachzuweisen. Und welche Vorteile hat das gegenüber der Biopsie, Frau Burkhardt? Nein, man muss nicht mehr mit einer Nadel irgendwie in eine auffällige Stelle reinpieken am Körper, sondern man kann es über das Blut machen, mit einer ganz normalen Blutentnahme verbinden und halt nicht nochmal den Zusatz eines Eingriffs, der ja auch schmerzhaft ist, der komplikationsträchtig sein kann. Das spart man sich dadurch. Ja, sieht man auch mehr, als wenn man da in das Tumorgewebe reingepiekt hätte? Man sieht ein breiteres Bild. Wenn man in den Tumor reinpiekt, sieht man die Momentaufnahme, die man in der Probe, die man entnommen hat, zu dem Moment, in dem man sie entnommen hat, hat. Im Blut sieht man breiter. Man sieht nicht nur den kleinen Ausschnitt, sondern man sieht das Ganze. Kann man da auch mehr sehen, als wenn man eine Biopsie macht, also oder früher es sehen? Ja, das haben wir bei verschiedenen Tumorarten gelernt, dass man frühzeitig sehen kann, dass sich im Tumor was verändert, dass der Tumor wieder anfängt zu wachsen oder dass sich Mutationen, die der Tumor hat, verändern können, dass neue dazukommen oder bekannte Mutationen weniger werden. Das klingt ja zu schön, eigentlich um wahr zu sein, oder? Geht das denn, Herr Professor Arnold, geht das denn in jedem Fall oder stellen sich da Bedingungen, unter denen man so diese Methode anwenden kann? Es ist eine Methode, die sich entwickelt, die sich wahnsinnig schnell entwickelt. Das ist eins der in der Tumormedizin vielleicht meist beforschtesten Gebiete gerade. Und wie Frau Burkhardt gerade sagte, man kann durch den Nachweis der Erbinformation im Tumor ja schon eine ganze Menge an Schlüssen daraus ziehen, wie die Tumorkrankheit sich verhält und welche Therapie man auswählt. Und jetzt kann man eben sozusagen hier in diesem neuen Feld durch die Erbinformation im Blut die Tumorkrankheit nachweisen und kann da dann auch die entsprechenden Therapieschlüsse danach ziehen. Also das heißt, ein extrem bewegliches Feld und die einzige Limitierung, die wir gerade haben, ist, dass es noch nicht bei allen Tumorarten zu jeder Zeit gelingt, dass wir ein Nachweisthema haben. Also das heißt, wie hoch können diese genetischen Veränderungen denn überhaupt entdeckt werden? Und wir haben das Thema, dass wir häufig auch nicht wissen, ob denn die Mutationen oder die Veränderungen in der DNA tatsächlich für die Tumorkrankheit eine hohe Relevanz haben. Also das sind die beiden Punkte, wo wir noch sehr viel mehr Daten brauchen, noch sehr viel mehr Untersuchungen brauchen, um zu korrelieren. Das, was wir jetzt nachweisen können, hat auch eine Bedeutung für den Patienten oder für die Behandlung. Heißt das, Sie müssen sozusagen wissen, wonach Sie suchen sollen und Sie wissen es noch nicht so genau bei allen Krebsarten? Kann man das so sagen? Wir wissen das ja auch bei den Biopsien in den Tumoren nicht ganz genau. Also wie Sie es gesagt haben, ist genau richtig. Wir wissen, Tumorzellen haben viele Mutationen. Da sind unendlich viele Veränderungen dabei. Wir können die heute mit diesen neuen molekularbiologischen Methoden sehr gut nachweisen. Aber nur eine geringe Anzahl von diesen Mutationen helfen uns gerade, eine Therapie danach auszusuchen. Weil viele dieser Mutationen, die sehen wir nur, sie sind da. Und wir wissen nicht, was sie denn wirklich heißen oder welche Bedeutung sie in welcher Prognose oder für die Therapieauswahl haben. Und das Gleiche gilt für die DNA-Nachweis im Blut. Aha, das heißt ja dann auch, der Krebs muss ja auch diese DNA überhaupt produzieren, um sie finden zu können. Und das tut, glaube ich, nicht jeder Krebs. Kann das sein? Ja, der muss die DNA produzieren. Jeder Krebs produziert DNA. Aber unsere Schwierigkeit ist tatsächlich, es im Blut nachzuweisen. Es gibt Krebsarten, bei denen das nicht sehr gut klappt. Es gibt andere, wo es sehr gut klappt. Also ein Beispiel, wo es hervorragend klappt, ist zum Beispiel Darmkrebs. Da läuft die meiste Forschungsaktivität. Das ist auch häufiger Krebs. Das ist auch häufig, ja. Und bei Darmkrebs ist es am nächsten heute schon zu einer wirklich standardisierten klinischen Nutzung. De facto gibt es schon kommerzielle Tests auch, die in Ländern auch schon zum Verkauf angeboten werden. Also da sind wir sehr, sehr nah an dem klinischen Einsatz. Umgekehrt bei anderen Tumorarten, ich nenne mal ein Beispiel Bauchspeicheldrüsenkrebs, da ist es noch sehr schwer, den Nachweis zu führen. Jetzt geht ja Medizin sehr schnell heutzutage. Würden Sie sagen, das ist eine Frage von wenigen Jahren? Oder ist es doch eine Frage von noch länger, dass man das auch bei anderen Krebsarten vielleicht nachweisen kann? Ja, wir haben, denke ich, zwei Jahre sind da ein sehr, sehr langer Zeitraum. Hätten wir dieses Interview vor zwei Jahren geführt, wäre das, hätten wir es so nicht geführt. Nee, sehr genau. Also das heißt, das wird sich rapide entwickeln, sowohl in dem, was wir aus der genetischen Information der Tumoren wissen, wie auch von dem, was wir technisch nachweisen können. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Das eine ist Biologie, dass wir sagen, die Mutation bedeutet auch was. Und auf der anderen Seite ist es die Labortechnik, die sagt, wir können so genau gucken, wir können so sehr diese Mutation verstärken, dass wir das auch wirklich im Blut nachweisen können. Jetzt nochmal die Frage, die man sich, glaube ich, stellt als Patient. Kann das sein, dass ich denke, ich hätte Krebs, komme dann zu ihm, Sie machen diese Flüssigbiopsie und sagen mir ja oder nein? Nee, ne? Also Erstdiagnose. Ja, Erstdiagnose ist insofern heute uns noch schwierig, weil wir bei Erstdiagnose, bei den Verfahren noch gar nicht richtig genau wissen, wonach wir sehen sollen. Wir können es besser, die Verfahren kommen besser zum Einsatz, wenn die Tumorkrankheit schon bekannt ist, wenn klar ist, welche Mutationen in diesem Tumor denn vorliegen. Und wenn man dann im Blut nachsieht, ist diese Mutation auch im Blut nachweisbar? Und wie häufig ist sie da? Wie viel Tumoraktivität ist da? Also das heißt im Grunde genommen, man beurteilt den Verlauf und damit die Wahrscheinlichkeit vielleicht auch von Rezidiven, ist das so? Ja, genau. Das kann, also bei den, wie Herr Arnold gerade schon sagt, beim Darmkrebs wissen wir schon einiges darüber. Und da wissen wir auch, dass zum Beispiel nach einer OP, wenn dann keine Tumor-DNA mehr da ist, dass es ein guter Verlauf werden kann. Im Gegensatz zu, wenn dann noch was da ist an Tumor-DNA, ist die Gefahr, dass die Krankheit erneut ausbricht, deutlich höher. Und das hätte dann auch Einfluss auf die Therapie, die Sie vornehmen, für mich? Genau. Also es gibt, da laufen Studien zu bei uns auch, die haben wir bei uns auch. Und da wird genau das geschaut, ob, wenn keine Tumor-DNA mehr nachweisbar ist, ob man dann auch weniger Therapie einfach geben muss oder auch gar keine Therapie geben muss. Und ergänzend, wenn viel da ist, wird man fragen, gibt man die richtige Therapie oder muss man nicht sogar vielleicht mehr Therapie geben? Also das heißt, die postoperative Therapie intensivieren, um die Risikokonstellationen dann für die Patienten günstiger zu machen. Genau, sozusagen mit härteren Kanonen schießen. Mit härteren, mit anderen mit weniger schießen. Mit den besseren Kanonen schießen, sagen wir mal so. Genau, Sie hatten das Wort Studie schon angesprochen. Sie machen das bei Asclepios. Können Sie mir da mehr sagen, was das für mich bedeutet als Patient, diese Studie? Genau, das, was ich gerade schon sagte, beim Darmkrebs machen wir die. Und da wird halt vor der Operation geguckt und nach der Operation wird im Blut geschaut, wie verhält sich die CT-DNA. Einfach durch eine Blutentnahme, wird vorher einmal abgenommen, nach der Operation einmal abgenommen. Und dann wird, wenn eben keine Tumor-DNA mehr nachweisbar ist, ist die Möglichkeit da, dass man dem Patienten auch gar keine Chemotherapie gibt und ihn einfach beobachtet, verlaufskontrolliert. Und immer auch wieder CT-DNA misst, um zu schauen, bleibt es negativ oder bleibt der Wert nicht nachweisbar oder entwickelt sich da wieder was. Um dann einfach darauf reagieren zu können. Anders im Fall, wenn Tumor-DNA nachweisbar ist nach der Operation, braucht der Patient nicht Chemotherapie. Weil wir dann ja eben wissen, dass die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht ist, dass die Krankheit erneut wieder ausbricht. Also jeder sehnt sich ja nach Gewissheit in dieser Situation. Und für denjenigen, der daran gerne teilnehmen würde, fragen Sie ihn automatisch, ob er das möchte, wenn er bei Ihnen Patient ist? Oder muss man das vorher wissen und sagen, ich möchte an dieser Studie teilnehmen? Nein, also wenn der Patient in Frage kommt, wird er von uns gefragt, ob er daran teilnehmen möchte. Dann erklären wir dem Patienten das auch, was das bedeutet, was das für einen Aufwand mit sich bringt. Und er kann dann frei entscheiden, ob er daran teilnehmen möchte oder nicht. Auf der anderen Seite sind die Studien bei uns ja auch ausgeschrieben. Oder unsere Kollegen, die mit uns zusammenarbeiten, wissen davon und schicken uns dann auch immer Patienten, mit denen wir darüber sprechen. Ja, ich wollte nur ergänzen, meistens ist es für die Patienten ja gar kein großer Aufwand. Es ist eine Blutentnahme im Regelfall. Er möchte es ja, genau. Eine Blutentnahme nach der Operation, dann können wir das Risikoprofil sozusagen festlegen und können dann, wenn wir DNA-Nachweis haben, dann sagen, da gibt es dann noch ein Therapieangebot mit dieser oder jener experimentellen oder Standardtherapie. Also es hat dann auch immer eine Konsequenz. Ja, nun ist es ja eine Studie. Das heißt, es ist ja noch nicht geübte Praxis. Kann denn dann das für mich zum Nachteil gereichen, weil man dann nachher später sagt, ach, haben wir uns ja doch geirrt, falsche Therapie gemacht. Kann mir das passieren? Es kann in Studien im Prinzip immer passieren, dann, wenn man eine Therapie anwendet und dass die Therapie noch eine experimentelle Therapie ist, die nichts bringt, aber vor allem Nebenwirkungen machen würde. Ja, das kommt sehr, sehr selten vor. Aber nochmal, getrennte Verfahren, der DNA-Nachweis ist unabhängig. Das ist nur eine Diagnostik, die wir experimentell machen im Rahmen dieser Studie. Und ob dann eine entsprechende Therapie hinten dran kommt, das ist dann nochmal eine separate Frage, die wir dann, wenn der Test positiv wäre, nochmal separat mit dem Patienten und seinen Angehörigen besprechen würden. Also der Patient ist auf der sicheren Seite sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man will ihn ja nicht schlechter behandeln als bisher. Aber Sie versuchen ja, glaube ich, auch, Frau Burkhardt, mehr Gewissheit zu bekommen, wie sich diese Flüssigbiopsie, also diese DNA der Tumorzellen verhält im Verhältnis zu der Entwicklung des Krebses, oder? Da gibt es so ein Register. Genau, wir bauen gerade ein Register auf, wo wir bei anderen Krankheiten, die bisher noch nicht so gut untersucht sind, genau das herausfinden wollen. Wie verhält sich die CT-DNA unter verschiedenen Behandlungsansätzen? Das beinhaltet hier auch die Chemotherapie und die Strahlentherapie oder auch lokale Verfahren, um den Tumor zu bekämpfen. Und dass wir einfach herausfinden, was passiert mit der Tumor-DNA unter diesen Behandlungsansätzen und was für Rückschlüsse können wir darauf ziehen. Ja, vielleicht auch, um das nachher der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund! Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020